Wir haben zwölf Minuten nach den Vierer und Hinnach bränt der Kessu vor südamerikanischem Temperament. Unter der alten Kuppel auf der Bieler Esplanade regiert heute Abend das Latino Flavor, eine Partyreihe, die der Biel-Brasilianer Mariano alias DJ Chapa Kenchi vor fast zehn Jahren lanciert hat und auch heute Abend wieder zum Tanzen anregt. Es wird feurige Sachen, sehr lebendige Sachen, dörmischte Sachen, sehr auch frauenbesuchte Sachen. Es ist nicht nur ein Männerparty. Es spricht Latino halt sehr viel, weibliches Publikum auch. Das macht das Ganze auch schön. Also es ist wirklich für jeden denkt, jung und alt, jede Stilrichtung, wo man offen ist für andere Sachen zu kennenlernen. Was heute Abend noch speziell wird, Mariano leitet nicht nur auf, er spielt live seine Musik, die er selber macht. Unter anderem stellt er im Publikum das Lied «Dale Masturo» vor. Es ist ein bisschen provokatives Lied. Es geht darum, eigentlich eine Frau, die ziemlich hinter einem Mann her ist und was sie alles dafür macht, dass es dann auch klappt. Ja, und tönt es dann etwa so. Ja, ich pide, qu'elle dey maz duro. Ja, Baby, na me Masturo. Ja, ich pide, qu'elle dey maz duro. Ja, ich pide, qu'elle dey maz duro. Oh, oh. Tönt nach einer wilden Sache. Dale Masturo ist aber auch der Name der Partyreihe, die Mariano neben Latino Flavor organisiert. Die Idee ist auch, die zweite Partyserie damit ein wenig zu pushen. Das ist die, die wir monatlich im Duo machen, die sehr gut besucht ist und ich mittlerweile auch mit dem Duo-Club sehr gut getraten kann und sehr gut zusammenarbeiten kann. Gegenüber dem Kessel bin ich ein wenig zurückgetreten, früher sind es fünf im Jahr gewesen, heute sind es vier, nächstes Jahr werden es vielleicht nur zwei sein. Ja, reden wir aber jetzt noch nicht von dem, was ab nächstes Jahr läuft, sondern von heute Abend. Der Latina-Flavor hier im Kessel ist definitiv etwas für Nachtschwärmer. Die Party steigt nämlich erst ab den 11 Uhr und dauert dann bis morgen um 6 Uhr. Wortwörtlich, also living la vida loca, das verrückte Leben leben heute Abend im Kessel. Wofürde Vielen Dank.